François Folter, die ersten drei Tage vom Trainingslager sind vorbei. Was ist der Eindruck? Ja, wir sind glücklich hier zu sein, weil es schönes Wetter gibt. Ich bin in der Schweiz und wir arbeiten sehr für die Rückrunde. Bist du auch glücklich hier zu sein? Man hört, dass du zu GEC lechsten wolltest und das hat jetzt schlussendlich nicht geklappt. Du bist jetzt eigentlich fast im falschen Hotel, aber an der richtigen Küste hier in Spanien. Ja, ich glaube, es hat nicht geklappt, weil dort hätte ich viel mehr Spielpraxis gehabt. Aber ja, wie ich schon früher gesagt habe, ich fühle mich glücklich bei IB. Und ich werde froh, mich für einen Standplatz zu kämpfen. Was ist das definitiv? Du spielst hier der Grunde bei IB? Ja, noch nicht unbedingt, weil sie sind noch im Gespräch, es gibt finanzielle Probleme. Aber ich weiss nicht mehr darüber und wir werden schauen. Ich arbeite für mich selbst und ob ich hier bleibe oder zum GEC gehe, werde ich immer voll trainieren und mich Mühe geben für jedes Spiel. Aber eine andere Variante gibt es nicht. GEC oder IB? Ja, es gibt auch Anfragen vom Ausland, aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich in Ausland gehen will und ich will in der Schweiz bleiben. Und das Militär, gut überstanden? Ja, es ist noch nicht fertig, bis 16. März und wir werden schauen, wie es läuft. Und ich habe schon ein bisschen Mühe, dort zu gehen immer. Aber ja, so ist es. Und es ist ja wie jeder Schweizer, ich muss diesen Militärdienst machen. Und es ist schon eine andere Erfahrung. Kriegt man denn einen Break vom Militär für so ein Trainingslager? Ja, ich habe gefragt, für dieses Trainingslager zu gehen. Und schon vor dem Militär haben sie gesagt, sie lassen uns in das Trainingslager gehen. Ja, also es ist kein Problem, sie verstehen, wenn es so eine wichtige Event für eine Mannschaft und für eine Fussballspiele gibt. Und die neue Frisur, ist das eine Navy Seals Frisur? Nein, nicht unbedingt. Ich mag gerne zur Frisur gehen und immer ein bisschen wechseln. Und dieses Mal habe ich diese Probleme. Ich weiß, wie es nicht so, wie es ist. Ich weiß, ich weiß, wie es nicht so, wie es ist. Also schon zerstörtbrechen. Tutto.